So, hi Leute, ich bin's wieder, Molotow von Game aus Germany. Zweites Video über die neuen Kataglysm 4.2 Raids in Firelands. Hier sehen wir jetzt den Fullkill von Majordom Stackhelm, heißt der, zweiter Boss. Äh, im Internet zu, die Kommentare im Internet sagen, soll ein ziemlich einfacher Boss sein. Ja, was soll ich mehr dazu sagen? Guckt es euch an, genießt die Musik, viel Spaß. Ja, was soll ich mehr dazu sagen? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020